Junge, dieser Fackel-Autismus, der ist jetzt wieder komplett in voller Fahrt. Drei Stück waren es, glaube ich. 128 Bücherregale. Waren die nicht hier drin oder so? Die kondense ich am besten. Zwei Stacks brauche ich jetzt. Dann mache ich mal am besten ein paar Smaragde rein. Das reicht schon. Nicht. So. Ein ganzes Dat hier zurücklegen. Ähm. Perfektes Timing eigentlich. Ach ne, guck mal. Brauche ja vier Stück, ne? Okay, Enchant Mover, dann brauche ich noch 16 Diamanten. So. Dann warte ich jetzt halt einfach mal, bis der da auf sein Leben klarkommt. Die kann ich ja nicht machen, außer warten. Gehört halt irgendwo auch dazu, zu warten einfach mal und die Fresse zu halten. Schönes Wetter heute. Schönes Wetter heute. Willst du mit mir handeln? Ich habe tolle Angebote. So, jetzt aber. Ach, er muss noch einmal. Okay. Dann dürfte ich aber eigentlich alles haben. Normalerweise. Es bringt halt einfach nichts, wenn man sich die Zeit anschaut. Schlafen ist echt nutzlos geworden. So, dann mache ich jetzt mal hier folgendes. Dann hat der auch mal wieder was zu tun. Langweilt sich ja absolut zu Tode. So, das hat genau nichts gebracht. Weil es eh wieder da reingeht. So, was kann man denn noch reinschmeißen? Creeper-Köpfe, Enderman-Köpfe. Was? Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht zu bieten. So, das ist auch weg. Und jetzt. Eigentlich. Ich habe das Ding. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann Book Enchantment Mover. Junge, ist das Ding teuer. Ohne Scheiß. Wahnsinn. Okay, weißt du schon das Neueste? Sky wurde komplett hops genommen. Das hier noch reinschmeißen. Aber ich glaube, das wird gar nicht, doch wird aussortiert. Okay. Wenn das dann mal da irgendwie hinne macht, bin ich glücklich. Das dauert halt aber auch echt lange, ne? Aber ich bin halt einfach nur ungeduldig. Das ist auch, das kommt auch noch dazu. So, wir sind hier aber nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ich kann hier auch schon mal vorbereiten, ein bisschen. Schlimm, die Uhr könnte ich hinstellen. Aber ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, hier könnte ich den Book Enchantment Mover hinstellen. Dann sind hier alle Blöcke immer zwei auseinander. Und dann ist das auch, glaube ich, symmetrisch. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Effizienz. 10. Und dann brauche ich Effizienz 5 doppelt. Und jetzt kann ich eigentlich... Brr, jetzt kann ich wieder meine ganzen Level wegschmeißen. Das war eben genau das, was ich eigentlich gar nicht wollte. Naja. 40 Level. So. So. Fuck. Effizienz 5. Ich hätte es halt einfach zu Effizienz 6 hier gebrannt. Dann kann ich das Effizienz 5 Buch hier reinpacken. Und kann die... 7. 8. 9. Was, ich brauche das nochmal. Wieso das denn? Wieso das denn? Weißt du schon das neueste? Sky wurde komplett hops genommen. Warum brauche ich denn... Ich weiß, dass das Maraglen ist. Ich weiß, dass das Maraglen ist. Sonderangebot. 5. 7. 7. 8. 9. Und dann geht das auf 10 hoch. Hoffentlich. Kann ich wieder meine ganze Erfahrung eigentlich fressen, weil ich brauche die jetzt auf jeden Fall. Also nicht alle 200 irgendwas Level, aber schon einige. Weil ich muss ja jetzt sozusagen wieder die ganzen Effizienz Bücher... beziehungsweise ich muss es nicht, aber ich mache es halt. Durch das Effizienz 10 Buch verdoppeln, weil das brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Mal. Und das kostet 115 Level und ich muss jetzt mal schauen, ob ich vielleicht... Natürlich habe ich da nichts mehr drin. Das dauert jetzt wieder so lange. Weil ich halt einfach so viel Scheiße wieder dabei habe. Ich eigentlich überhaupt gar nicht brauche und deshalb lege ich sie jetzt auch ab. Weil das kann es nicht sein hier, ne? Das geht so nicht. So, als erstes mal. Das hier brauche ich gerade nicht, das hier nicht, das hier nicht, das hier nicht. Den brauche ich auch nicht. Den brauche ich... Naja, jetzt auf jeden Fall nicht. Die vier Karotten. Eigentlich wollte ich denen meinen Schweinen geben, aber ich glaube, die existieren gar nicht mehr. Kann das sein? Kann das sein, dass ich gar keine Schweine mehr habe? Ah, natürlich. Ah ja, perfekt. Er hat sie halt einfach gegessen. Ja, tut mir leid. Ich hätte euch gern noch was gegeben, aber leider hat mein Gear wieder alles kaputt gemacht. Lege ich die jetzt einfach in diese Truhe rein, wo Essen drin ist und dann hat sich die Sache gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Packeln habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr, aber die brauche ich noch, weil es dunkel ist hier wie Sau. Also, ein bisschen mehr hier messen. Auch 115, immer noch. Kriege ich doch wahrscheinlich hin. So, und das war zu viel. Das passt perfekt. Zack, zack. Und... Mach mal hinne. Guten Effizienz 10 Bücher. Warum auch immer ich die jetzt brauche. Ich brauche auf jeden Fall 1 mindestens. Dann brauche ich, glaube ich, auch noch Glück. Das verdoppel ich natürlich auch noch. Das ist ganz klar. Glück kann man immer gebrauchen. Da brauche ich 159 Level. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. So, jetzt gehe ich aber mal hoch und mach mal weiter, dass das auch noch fertig wird heute. Äh, weg ist es. Und jetzt mache ich die drei Dinger wieder hier rein. Dann machst du hier mal mehr die Pumpe. Weiß jetzt gerade gar nicht, was man auf die Pumpe alles machen kann. Das, da habe ich keine Ahnung. Werde ich jetzt aber hier sehen. Äh, ich weiß nicht. Irgendwie werde ich dadurch nicht schlau. Wollte aber auf jeden Fall hier noch ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise wollen eigentlich nicht. Aber ich muss halt. Dass ich überhaupt noch fertig werde heute. Und meine Halsschmerzen erstmal genießen. Beziehungsweise eigentlich habe ich gar keine Halsschmerzen. Ich habe einfach nur. Aber es hört sich halt einfach nur an, als wäre ich total krank. Aber mir geht es tatsächlich sehr gut. Ist ja auch nichts verheerendes. Ich wünsche, das geht hier irgendwie. Würde ein bisschen schneller gehen. Aber bleibt halt dann doch nur ein Wunsch. Naja, es geht eigentlich so. Ich muss halt jetzt irgendwie, irgendwie muss ich es rumkriegen. Wäre auf jeden Fall bitter, wenn das nicht gereicht hätte. Aber es reicht natürlich. Aber wäre trotzdem bitter gewesen, wenn es nicht gereicht hätte. Wunderbar, dann kann ich das jetzt hier auch verdoppeln. Glück. Nummer 10. Und dann wird das hier. Nur noch zwei Bücher da drin. Das ist aber auch Mangelware hier. Glück. Noch mehr Glück. Und jetzt kann ich hier mal wieder so ein bisschen was essen, dass ich hier nicht verrecke, wenn irgendwas passiert. Hältbarkeit war es glaube ich auch noch, was ich brauche. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es sind 32 Millionen RF, was dieses Ding braucht, nur um diese Scheißpumpe herzustellen. Und deshalb, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal das hier raus. Das lade ich nämlich auf. Mal doch hier unser tolles Maschinchen. Kann das hier ruckzuck aufladen. Also was heißt ruckzuck, das ist natürlich nicht ruckzuck hier, aber von zügig. Und dann noch das hier und das dauert wahrscheinlich sehr lange. 1,5 Millionen. Alter Junge. Eigentlich wäre es echt eine Überlegung wert. Einfach diese Uhr von da unten rausholen. Und dann einfach da hinstellen. Das wäre doch eigentlich machbar, oder? Oder gibt es dann Chaos? So, das geht jetzt hier aber ab. Und das hier hoffentlich auch. Und das hier. Ah, guck, das geht auch schon ein bisschen schneller. Der muss eigentlich gar nicht so schnell sein, aber er macht es halt. Aber weil er Bock drauf hat. Der kann Planung.